Guten Morgen am 15. Dezember und wir machen direkt Türchen Nummer 15 auf. Ich hoffe, Lynn kann das noch jetzt, wo sie wieder in der Mitte ist. Und da ist unser Weihnachtsbaum. Das ist ja passend. Den haben wir quasi schon gesucht gestern, als wir unsere Geschenke verteilen mussten. Den bauen wir erst mal auf. Ja, da ist ja der Baum und die Geschenke schon da rumtrapiert. Ganz cool ist tatsächlich, dass wir oben eine goldene Figur haben, eine Mikroscale-Figur. Und die gibt es auch noch mal als Spare-Part dazu. Das macht sich auf jeden Fall ganz gut. Der Baum selber ist, naja, ist halt nicht so schön konisch zulaufend nach oben. Und nur mit gelben und blauen Kugeln erinnert er wieder stark an das schwedische Möbelhaus, wo auch schon dieser Zug herkam. Naja, der 15. ist vorbei. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag und sehen uns morgen wieder.